Wir haben noch einen schweren Energieentzug in Dresden, ok Dresden, da sagt man noch was. Wir sind Loki Allianz B, und wenn sie das mit B markieren, dann ist es eigentlich nicht so spektakulär, dass man eigentlich kleine Ad-Sets machen kann. Kann ich mir das Allianzzeug nicht woanders hinziehen, das taugt mir überhaupt. Überraschend. Ja, das ist ganz schlecht, in der Mitte vom Bildschirm Allianzliste 1. Ach das auch, du kannst aber einstellen im Layout. Ja, mach ich gerade. Ich hab's jetzt ganz rechts oben zum Beispiel. Das hab ich auch. Ja, schon später zum wenigsten. Da ist doch auch Kacke hier, Mensch. Jetzt ist das eher gut, ne? Ja. Ja. So. So, speichern. Ähm, fällt jetzt hin. Rechtseini, oder? Ja. Recht, oder? Ja, das stimmt. Okay. Okay. Oh. 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 Ja geil, in die Klummuschleine getogen worden. Ja, Valdi hast die... also was levelisch momentan? Äh, Maschinist. Ich hab kein Gelehrter momentan. Okay. So, der erste Post. Fink noch mal. Der ist ja jetzt schon Level 52. Der Gelehrter. Maschinist ist jetzt gerade frische 4.40. Nicht voll. Ja, den hab ich jetzt auch mal angekommen. Aber geil gemacht haben sie es wieder, gell Ok? Ja, atmosferisch. So, jetzt ist der erste Post, was ich jetzt da weiß, dass man nicht so weit wegstehen soll von ihm. Weil er oft zu einem Flächenangriff macht. Und die jetzt halt viel mehr. Und dann wird immer wieder markiert halt, was ich jetzt so weiß. Und da musst du halt schauen, dass du weit weg von der Puppe rennst. Ok. Das ist ja richtig, weil ich... Ja gut, etwa. So. So. Irgendwann wird halt auch eine Allianz eingestellt. Äh, sie muss nachher schauen und gerne im nächsten André aufkommen machen. So. 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 Und irgendwann, wer weiß, kann es passieren, dass man irgendein, beziehungsweise eine Linie zu einem Gegner damit ist. Ich glaube nicht, dass ich noch mal so lange leben werde. Mein Hirn ist absolut nicht mehr so... Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht mehr daran gewöhnt, so viel auf einmal zu brauchen. Ja, da muss man sagen, da geht es ordentlich ab, gell? Ja, brutal. Ja, das erste Mal ist schon gewöhnt. Ich habe die ganzen Eindrücke um Atom. Was machen die anderen? Du siehst ja nicht nur selber. Jetzt wird er zu oben. Ja. Ja. Die Orne-Allianz ist die B-Allianz mit den blauen Namen bei mir, oder? Oder sind da nur irgendwo Wölfe? Ja, genau. Das ist die B, wo du als Gruppe, von mir ist es zum Beispiel Rohr. Also wir sind Allianz A, oder wir? Oder B? Wir sind B. Über unsere Gruppen auf die Liste, die du weißt bringen kannst. Da steht Allianz B. Und du siehst auch nur den Namen von deinen Mitspielern. Genau. Ich sehe alle Namen, was da stehen. Ich sehe von jedem einzelnen, was rumläuft. Ja, aber in der Gruppenliste. Also da, wo das Leben angeneigt bleibt. Ah, da steht Allianz B. Ich habe gesehen jetzt. Ja. Ja, noch nicht. Ja, war ich jetzt da auf dem Bildschirm zur Gette. Ich bin froh, dass ich den Entgegen überhaupt sieg. Boah. Ja, wenn ich mich selber sieg. Ja. Ich werde jetzt irgendwann eingeschaut in den Krestl. Das sind wir. Ja. Und jetzt werden wir da reinschauen, dass wir dann Karten da. Ja. 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 Ja, ja. Das ist geil. Oh, das knackt eh ganz schön. Wie ist meistens der Knackspunkt da? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's! Ja, da ist die Geschichte. Was gibt's denn für Lust? Die krimiert Ragunen, nein das mach ich jetzt nicht da. Was? Wenn ich das jetzt krieg, dann krieg ich nichts mehr, oder wie? Genau. Du kriegst nichts mehr, aber das kommt für ein Ragunen erst ab 60. Das nehme ich mir so nicht. Ja. Dann hast du noch einen Teil aussuchen und dann musst du noch mal gewartet. Okay, passt. Also nur wenn's kriegst du natürlich? Mhm. Ja, das will man ja nicht eingehen, ne? Auch wenn ich eh Geld mache. Sieg schön, jetzt haben sie markiert. Wir sollten da hinten zurück. Jetzt ist die Markierung wieder weg. Aber wir sollten eben ganz hinten zurück. Ja, einfach wieder. Da klappt man halt alles, was man gehört macht. Wenn das der Sinn ist. Wenn wir das so machen. Ja. 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 B옆la. Ruhigeuite. Echt, Salma. Bogle investigating. Bogle或者 auch Geld ability erkennbar. Okay. Okay. Ich bin kurz weg. Nein? Nein. Ich freue mich nachher von Hauke Helmhaus. Hauke, oder? Hallo, fertig. Warum Hauke? Das beste Indie, was es gibt. Das ist mein Indie 2015. Bis zum Tod, oder? Ja. Aber jetzt kommt nicht immer nur für einen Bikiniere, oder? Nein. Aber ich habe zum Beispiel nicht gewusst, was die Walli gewusst hat. Das Mann, das ist jetzt der Loot, was da drinnen ist, die ganze Oche drehen. Okay. Ja. Jetzt sind da zwei Bosse. Einmal in der Mitte der und einmal der Segezahn. Jetzt müssen wir aus... Jetzt siehst du, irgendeiner ist immun gegen Fernkämpfer. Da siehst du nachher Null halt. Dann musst du halt auf den anderen wechseln. Ja. Stimmt das so, Walli? Ja. Einer ist immun gegen magische Angriffe und der andere ist immun gegen physische Angriffe. Ja. Stimmt. So. Krass. Okay. Dann bleibe ich gleich an. Ich weiß nicht, ich muss aber immer das Terminomiten. Ich kann immer wieder die Ads mitmachen. Und da hinten nachher und der... da blockt immer so die Erde auf. Ja, siehst du. Dann muss man schon ausgelassen. Ja. Und dann gibt's noch was, wenn da ein paar Leid verbunden sein mit einer goldenen Linie. Dann solltest du dich durchlaufen, dann sind wir nicht wieder befreit. Jetzt ist der unverletzbar da bei mir. Muss ja eine Mittenzeine. Du musst auf den anderen rauf gehen. Ja, ich weiß nicht. Du musst auf den anderen rauf gehen. Ja, ich weiß nicht. Dann lass mich einfach mal über den anderen rauf gehen. So, das ist ja eine Mischung. Dann gleich mal nur noch etwas anderes. Wappen. 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 Das weiß ich nicht. Wappen. Wappen. S facilitate sind der Einsteil. Okay, jetzt hat es wieder tauschen, die Mewen. Ja, doch nicht. Jetzt müssen wir hinter dem einen hinlassen, hinter dem in der Mitte, jetzt macht es noch einen Angriff. Wenn es jetzt ist, ja, jetzt weiß es halt, die Gschwalle stehen. Ja. Einfach. Was ist los, Medi? Lasst es, es kitzelt. Gute Fix. Gute Fix. Gute Fix. Ja, darf ich allerdings. Okay, jetzt nehmen wir es noch null. Ich bitte jetzt mal. Ich bitte jetzt nicht mehr. Das ist noch knapp. Ich bitte jetzt nicht mehr. Ich finde, wir können auch nicht mehr über die Gschwalle. Ich denke, wir können auch jetzt in der Mitte, wir können uns über das. Okay. Okay. Gut, ich danke euch. Gut, ich danke euch. Wir werden für den Weg über den Weg zur Hälfte. Soll ich jetzt nicht mehr? Jetzt bist du durchgerannt sozusagen, oder? Ja genau, einfach durch die Durchrennen. Ja, aber ich bekomme jetzt was. Ich muss mal schauen, dass es wieder mal... Ah, hat es eh schon passt. Ich wollte gerade sagen, dass ich mal der Healer erwischt. Der Dynamisten ist weg. Ja gut. Das geht da vorne auch schnell. Ja gut. Jetzt weißt du den Rockhauwischer. Von da raus. Ja gut. Selten aber doch, oder? Wie meinst du? Dass es so gut geht. Oha, Diablo. Ist das schon ein Gegner? Ja gut. 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 Ich weiß. Wenn du nicht warst, wenn du wieder gebläht hast, war ich immer ich. er hat er er schreibt er das ganze Notbieter er hat er Oder einfach fressen halten und draufhauen, hä? Genauso schaut's aus. Alter, die Schnauze! Du kannst doch nicht entfernen. Ich habe jetzt hier die erste Karte. Ja, ich bin heute hier. Ich habe jetzt hier die erste Karte, aber ich habe hier die erste Karte. Guck mal, wie ich da? Wenn du jetzt nichts kriegst, kannst du ja trotzdem weinen, dann hast du schon die gleichen... Genau. Eben, das hat mir die Walle jetzt. Wallisamten. 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 위de Aberhle. Genau. So, jetzt haben wir den Boss. Da geht's ab, da ist den Knack dringelassen. Und zwar schweibt er ihn in irgendeiner Richtung. Am besten ist, hat es geheißen seitlich von dem zu stehen. Von Boss? Ja, seitlich von Boss. Wenn ihn ein Ding zum Schweima bekommt, kostet es sehr sehr viel. Und auf diese Plattformen müssen wir öfter springen und da anscheinend jetzt, gell? Und die jetzt müssen wir halt so schnell wie möglich wechseln. Oh, aber ich muss jetzt hier im Feld fahren. Mann! Geh wechseln! Du, du, okay? Die X-Best ist bei Bad Ack da. Ja. Die kostet verdammt viel. Und da mal schauen, da haut immer die Fies, da halt in der Mitte von der Fies, Stefan, die Fies haut aus. Okay. Ich glaube, ich bin richtig falsch, was funktioniert, weil ich gerade bin unter dem. Und jetzt müssen wir jetzt den Gyro zurückgehen. So schnell wie möglich wechseln. Heisst? Und der macht einen riesen schlechten Schein. Und der hat richtig gefühlt, dass wir nicht markiert haben, wo wir es stehen. Und der hat richtig gefühlt. Und der hat richtig gefühlt. Volle. Und tot. Und der hat richtig gefühlt, dass wir es stehen sollten, welche Allianzen. Ahh. Jetzt müssen wir auf, wie auf die Bux fahren. Okay. Jetzt müssen wir auf den Weg gehen, das geht ja, was wir auf der Plattform schreiben. Okay. Das sind die Plattformen rein, die kommen. Nichts-Creme, ist das Nivea oder was? Jetzt können wir den nochmal zeigen, ich habe das geschnitten. Ja. Ja. Okay, was will ich denn da machen? Ich bin ja komplett ausgeliefert. Ja, mir wurscht. 2.000 Schauten her. Den müssen wir einlassen. Ja. Ja, was jetzt? Ja, in dem musst du reinlassen. Ach so. Ja. 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 schon wieder hin ich verstehe es nicht nein ich verstehe es einfach nicht wieder hin ja er will fünf Meter bewegt schauen wir das jetzt von außen hier er ist vorbei das ist ein rechter Knäschpunkt Aber jetzt müssen wir dann gleich mal weg sein. Nein, jetzt traut er dann genau so, dass er da oben schreibt. Das ist ja irre. Nein, das werden wir nicht mehr schaffen. Nein, nein, da müssen wir noch mal. Jetzt echt? Nice LP, ja, der sagt es richtig. Wir haben einen kleinen... Ist der nicht mehr? 10% In his poison breath, he is floor. Ich muss schon mal sehen, wer es er macht überhaupt. Ja, denn das siehst du nicht. Und deswegen einfach am besten immer seitlich stehen. Weil er macht den Transit auch immer um und schweigt nachher. Mhm. Aber da war bei meiner ersten Evi war da auch ein Vibe von zweitmals. Ja, das ist nicht mehr so. Ja. Ich glaube, das ist eine wild Sache. Du brauchst aber schon wirklich Level 60, oder? Ja, du brauchst 60, oder? Das ist ein hohes I-Level. Ja. Ein Gear Level. Aber der nächste Post-Log geht danach ist es aus, weil der nächste ist ein Klacks. Okay. Ich will ja auch hoffen, weil meine Rüstung hält das nicht mehr lang durch. Ich bitte das nicht mehr. Also ganz schön. Ich bitte das nicht mehr. Ich bitte das nicht mehr so. Das ist nüchlaацft. Ich bitte das nicht mehr. Ich bitte das nicht mehr. Ich bitte das nicht mehr so. Aber du musst besser aus, dass du nicht mehr so ist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah ok, das war mir ein Fehler vorher, ich bin da nicht augekupft. Jetzt wissen. Jetzt weiß es, dass der Täter auch verstehst. Ich liebe es. Jetzt die Schleimdicken da. Jetzt passt es noch langsam an den Knopf wieder. Der ist weg da drüben. Jetzt haben wir noch eine. Herrlich zu angefangen. Wir haben noch gar nicht giftet. Noch nie. Immer ganz ruhig gewinnen. Ja. Jetzt kommt der nochmal, der fährt ja. Wieso sollte der anfangen? Mitten ins Knacker laufen. Ja. 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 Wir haben ein bisschen was weiß. Ja. 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 Na, wieder geht's auf. Ja. Ja, ich musst bei Milo bleiben wegen einer Heilung, weißt du. Ja. 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 Das ist ein Brutal-Laden, oder? Du sollst dich auskennen. Nein, für mich nicht. Ja, da kommt einer hin. Ja. Freut mich. Ja, nein. Ich wollte jetzt so enttäuscht von der Relikt-Waffen-Quest. Ja, da haben wir die Waffen einmal angefangen. Ja. Also ich habe eine stärkere Waffen. Ja, die muss ja weitermachen. Beherzt sicher nicht auch. Ja. Da haben wir wieder so viele allergische Steine. Ja. Nein, jetzt müssen sie sich ausgehen eigentlich. Da sind eigentlich noch alle da von den ganzen Allianzen. Aue. Wie viel Prozent habt ihr noch? 16. Boah, das habe ich immer gesagt. Scheiße. Alles gestanden. Alles gestanden. Alles gestanden, der Bub. Ich habe leider nicht so viele MB. Nein, das passt schon. Ich habe mich jetzt auf den Krabbeln. Ich habe mich jetzt auf den Krabbeln. Ich mache da eine gute Heile an. Deine Krabbeln. Wir haben heute noch mal vier. Sechs. Vier. Tres. Zwei. Dres. Wenn das zweite mal funktioniert und er weiß wieder auf was er schrauben muss, yes 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 yes. Fuuuuh. Fuck you Doofy, jetzt liegst du da hin, ich geh, he? Und da ist der Barde, da ist der Barde da. Bitte, das ist mal 95 gestraucht. Da haben wir durch, oha. Bitte, bitte. Außer der eine Barde, du brauchst auch was dabei, jetzt mal bitte, aber 5.1 ist eine gute Zahl. Ich hab's gekriegt, so geht es. Der Stauch und ich auch. Ja. Du die Acken, ich den krieg, volle Gel. Boah, 200er, das meld mich auch gleich. Geil. Geil, geil, geil. Ja, mir auch, oh, gehst du zu. Und geil ausschauen tut sie auch. Folgt mir. Schaut geil aus. Bin ich ja mal gespannt, wie das gleich ausschaut. Danke, Ani. Folgt mir. Ja, die Acken schaut frech aus. Hat er leicht etwas, He? Hat er leicht etwas, ja? Ach so. Da wollte ich nicht da sein. So, wer weiß du wann, Luki. Aber für sich ist es so, dass sich da die Allianz auch aufbauen müssen. die geschnitten sind links drüben und da kommen dann so Ads und ich muss dann die drei Tanks noch sein voneinander wegziehen weil die zusammen zu viel schauen machen ok und hohe Fläche umso schöner da muss ich sagen hat das System schon wieder geil gemacht wenn du einmal klicken darfst wenn du ein Gerät schau einmal was volle geil naja kurzer Tag wird es nicht schlechter 200er für den Beschwerer oder? ja und Beschwerer ist für mich automatisch schwarz wirst du he ahja stimmt so ist es ja klar ja also da greift er regelrecht die vier Qua auch einmal die Woche oder? einmal die Wochen geht das ja einmal ärgern ich würd jetzt auch nicht für ihre 4.000 machen außer es ist irgendwo dabei was absolut geil ist mach ich das ein paar Mal aber aber ich find ich find eh das ist Block auf Block geklappt ja wenn es mal war ist mir geht es eh dahin was eh ja ja ich hab's mal nicht wusste dass er auch eh hupfen muss beim ja beim kleinen Speipding da ja ich glaub da muss ich entweder wegschauen oder so dass er nicht versteinert wird oder er automatisch versteinert keine Ahnung ja ja okay ja jetzt ziehen sie durch die verschiedene Stellen jeweils Arschlangen und dann wir können schön machen dann geht es schön machen das ist das aber los ja kann da einfach nicht sagen das ist nein ich auch nicht Ich bin froh um meinen Baladin oder meinen Banken, aber schau mir munzern, dass alles da in den Runden kommt. Logisch! Logisch! Ist das logisch? Das hat er wieder geil ausgeschaut. Ah, ok. Ich hab mich schon bei Healer. Healer muss da sicher auch ganz fein sein. Ja, weil ich war schon mal drinnen als hier. Nee, da verrückt man die Stufe nicht. Noch nicht. Freust du schon? Klar. Ich muss doch eh nur mit schwarzem Warm hier und sammeln dann die Heiler-Sachen. Ja. 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 Ja, ja. Ich bin so gespannt, wie ich damit weitergehe, mit der Story von der Nichtsarche. Ah ja, genau, das kommt auch bei 3.2, der neue Alexander, der folge dem. Okay. Jetzt gibt es 1-4, dann gibt es 4-8. Die Luftpira, ich bin so cool. Ja, wir danken auch gut. So, jetzt wieder in die Wüte laufen, wenn der Daxter weg ist. Ja, die Luftpira haben. Ja, warum da rede der, die Posten da aus? Ja, nicht am Ausdruck. Na ja, ist, weil den Profi staut das Kind, ist das ganz normal. Gehust der Arschkind! Irgendwie mag doch keiner den Blutwächter umziehen zu uns, gell? Versteinerung ausgewichen, jetzt habe ich weggeschaut Unabsichtlich? Ja, das war's! Das war's, wir können 30 Aue, das geht Wir können, Ding, Ding, Ding Wenn wir keine Macht sind, wenn wir nicht weg Schön, schön, Doki, da wollen wir nicht machen Geh! Und jetzt hau kein Herrenhaus, bitte Geh! Ja eben, das ist Geh! Wir haben den Kürzel gekriegt und der ist Jackele Schön, fesch Herrscher über das Nichts! Ja ok, jetzt kannst du nicht mehr G drucken Ja Geil! Gefeilt! Was? Nicht spielen, dass der Was war's für Spieler geworden? Was ist denn mit einem Ich bin fünfmal gestorben Reckt mich auch so was Ja Ja Mitleid Mitleidspunkt Gar nichts habe ich gekriegt, also Frechheit Ja Ja Ja